Hallo und grüß Gott, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alpha und Omega Kirche im Gespräch. Heute im Gespräch mit dem Kirchenmann Peter Niedergesäß. Ein Leben für gute Arbeit, so haben wir diese halbe Stunde mit ihm überschrieben, denn Peter Niedergesäß war 44 Jahre lang beruflich aktiv für die christliche Arbeiterjugend CAJ und dann für die katholische Arbeitnehmerbewegung KAB in der Diözese Rottenburg-Stuttgart und darüber hinaus. Was er sich unter guter Arbeit vorstellt und ob er dieser Vorstellung in seinen 44 Jahren Berufsarbeit näher gekommen ist, das möchten wir von ihm erfahren. Herzlich willkommen, Herr Niedergesäß. Sie sind gerade in den Ruhestand gegangen. Was ist denn für Sie gute Arbeit, auch im Gegensatz zu schlechter Arbeit? Zunächst einmal möchte ich sagen, mir selber ist es gelungen, gute Arbeit zu machen. Aber ich stelle fest bei den Beschäftigten, dass viele sagen, wir werden nicht menschlich behandelt. Und menschlich zu behandeln, das ist ein wichtiges Kriterium. Wir haben mal einen Aufkleber gemacht, auf dem Aufkleber stand, hier arbeitet ein Mensch. Er ist über 10.000 Mal abgefragt worden, weil viele Menschen das auf dem Laptop, auf die Bürotür geklebt haben. Ein zweiter Punkt ist, dass die Menschen das gesamte Produkt sehen wollen, nicht nur das Teil, das sie produzieren, sondern sehen, für was sie arbeiten. Ich war mal mit Beschäftigten von Airbus-Kabinen in Toulouse, um den Airbus anzuschauen. Und dann habe ich gesehen, wie gestandene Männer Tränen in den Augen hatten, als sie gesehen haben, wo ihre Heckklappen hinkommen. Und ein drittes ist, dass es natürlich auch einen festen Lohn geben muss, einen fairen Lohn geben muss. Und da haben wir gerade durch die Digitalisierung eine Entwicklung, die das gerade wieder kaputt macht, was wir von den Gewerkschaften und Arbeitnehmerbewegungen in lange Zeit aufgebaut haben. Wir haben heute Klick-Arbeiter, wir haben Crowdworker und diese Tagelöhner von heute sind eben nicht mehr sicher, was sie am Ende des Monats haben an Lohnen. Ja, zu einer guten Arbeit braucht es auch eine gute Ausbildung. Und die kriegt man heutzutage ja manchmal schon im Kindergarten, geht es schon los. Aber natürlich in der Schule. Wie war das bei Ihnen mit der Schule? Hat die Sie auf Ihre spätere Arbeit gut vorbereitet? Glaube ich nicht. Oder ich meine nicht. Zumindest nicht, was meine beruflichen Fähigkeiten bedarf. Was mir sehr geholfen hat, ist, dass ich in den letzten beiden Klassen Klassensprecher war und mich da mein Lehrer sehr unterstützt hat. Dabei, das hat mir Selbstbewusstsein gegeben, dass ich nachher auch in meinem Beruf gut gebrauchen konnte. Und wie müsste Schule dann heute aussehen, um besser aufs Arbeitsleben vorzubereiten? Also mehr so die Fähigkeiten auch im kommunikativen Bereich ausarbeiten? Genau. Also was ich finde, ist, Teamarbeit ist sehr wichtig, dass man an Projekten arbeitet, dass die Jugendlichen und die Kinder lernen, ein Projekt durchzuziehen, das ihnen auch selber am Herzen liegt. Und dass die Jugendlichen lernen, selbstständig zu lernen. Also wie lerne ich? Das, glaube ich, ist heute viel wichtiger, als eine große Wissensvermittlung zu betreiben. Sie haben nach der Schule eine Lehre zum Werkzeugmacher gemacht. Sie sind in Balingen geboren, haben dann aber in der Nähe, also im Nachbarort Geislingen gewohnt. Und in Balingen sitzt eine große Firma, Bizerba. Die stellt unter anderem Wagen her und so was. Wie war das? Wie sind Sie zu dem Beruf gekommen? Hat so Ihre Eltern, haben die gesagt, na, jetzt gehst du halt zu dem großen Unternehmen da? Oder wie lief das? Ja, also meine Mutter hat eher gesagt, werde Verkäufer. Dann hast du immer schöne Kleidung an. Aber ich wollte Elektromechaniker geworden. Dann habe ich mich an zwei Stellen beworben. Das war bei Bizerba und damals beim Depot. Das Depot ist eine Bundeswehreinrichtung gewesen. Und beim Depot wurde ich auch genommen als Elektromechaniker. Bei Bizerba nicht. Und beim Depot hat man uns aber eröffnet, nachdem wir die Aufnahmeprüfung gemacht haben, dass wir uns fünf Jahre bei der Bundeswehr verpflichten sollten. Und das war mir irgendwie ein bisschen, konnte ich mir das nicht vorstellen. Auch von den Erzählungen meines Opas her aus dem Krieg. Deswegen habe ich da Nein gesagt und dann denke ich, na gut, dann fängst du halt als Mechaniker bei Bizerba an. Das ist mir sozusagen zugestanden worden. Und dann hat ein Freund meines Vaters gesagt, aber nein, der Bub wird nicht Mechaniker, der soll Werkzeugmacher werden. Werkzeugmacher ist ein gescheiter Beruf und so bin ich Werkzeugmacher geworden. Ohne genau zu wissen, was eigentlich Werkzeugmacher beinhaltet an Beruf. In der Zeit Ihrer Ausbildung und dann haben Sie auch später gearbeitet in dem Beruf, hatten Sie schon Kontakt zur CAJ, das ist die Abkürzung für christliche Arbeiterjugend. Wie kamen Sie dazu und was hatten Sie davor? Also ich bin eingeladen worden von einer Mädchengruppe in Geislingen, die CAJ. Die wollten eine Berufsvorbereitungsaktion machen. Und bei dieser Berufsvorbereitungsaktion ging es darum, Schüler vorzubereiten, auch für ihren Beruf. Und aus Grund meiner eigenen Erfahrung, die ich gemacht habe, wie wenig ich vorbereitet war, habe ich gesagt, da mache ich mit. Und habe dann auch dort stolz meinen Beruf als Werkzeugmacher, zwischenzeitlich wäre ich auch stolz gewesen, dann auch vorgestellt. Und in der Schule, und das hat mich aber irgendwie so angesprochen, dass ich dann noch bei anderen Aktionen mitgemacht habe, wie Kaffeeverkauf aus Tansania. Oder ich wurde dann irgendwann auch mal angesprochen, ich könnte doch auch eine Betriebsgruppe gründen bei Bizarra Bar. Das war ein bisschen zur damaligen Zeit eine Überforderung für mich, aber ich habe es mal versucht und wir sind auch ein Paar geworden. Und wir haben auch dann als Jugendvertreter bei Bizarra mitgemacht. Sie sind dann ganz in die kirchliche Verbandsarbeit gewechselt. Sie waren bei der CAJ, da waren Sie Diözesansekretär, später auch auf Bundesebene Bundessekretär. Und hat sich das so von alleine ergeben oder war das auch ein bisschen Karriereplanung sozusagen, wie man heute sagt? Nee, gar nicht. Also damals hat es noch bei der Zeit den Begriff Freigestellte gegeben. Und ich habe meinen Zivildienst ja dann auch gemacht und war dann gerade fertig mit Zivildienst und habe dann gedacht, naja gut, also für zwei Jahre kann ich mich freistellen lassen von meinem Beruf und als Zeltsekretär dann arbeiten in der Diözes Rottenburg-Stuttgart. Da habe ich dann so angefangen und dachte, naja danach gehst du wieder zurück in deinen Beruf. Dann sind noch mal zwei Jahre dazugekommen und dann ist noch mal ein Jahr dazugekommen in der Diözese und dann bin ich angefragt worden, ob ich nicht auf Bundesebene als Bundessekretär kandidieren würde. Und so sind es dann irgendwann mal zehn Jahre gewesen. Und dann bin ich dann zum Arbeitsamt gegangen und habe gefragt, ob ich dann wieder zurückgehen könnte. Und dann haben sie gesagt, also nach sechs Jahren sind die beruflichen Fähigkeiten vorbei. Also ich habe meinen Beruf dann nicht mehr sozusagen. Also dann bin ich aber auch aus anderen Gründen natürlich dann in diesem Metier sozusagen geblieben. Aus dieser Zeit, aus diesem Metier haben Sie uns Fotos mitgebracht. Die ist schon ein bisschen her, deswegen sind Sie auch schwarz-weiß. Wir sehen hier mal das erste Foto. Das ist ein Kulturfest. Sie mit Bart, mit damals noch dunklem Bart am Mikrofon. Und auf dem Transparent kann man lesen, Arbeitslosigkeit macht hungrig nach einer gerechten Welt. Was war das für eine Aktion? Das war 1983, da war die Jugendarbeitslosigkeit noch sehr groß. Und wir haben gesagt, wir möchten eine kreative Aktion machen gegen die Jugendarbeitslosigkeit. Wir waren in Ludwigshafen auf der Straße, aber haben abends auch dann ein Kulturfest gemacht. Und bei diesem Kulturfest ist dann Fernando Kardinal, der Bruder von Estu Kardinal mit dabei gewesen. Wir hatten aber auch Norbert Greinacher deswegen eingeladen. Ein Professor aus Tübingen. Und natürlich auch jemanden von der Bischofskonferenz, dem Jugendbischof Gutting aus Speyer. Und in der Woche vor dem großen Fest hat uns dann die Bischofskonferenz mitgeteilt, also wenn Norbert Greinacher auftritt, dann kann niemand von der Bischofskonferenz auftreten. Der war SPD-Mitglied und war katholischer Theologe, aber SPD-Mitglied und von daher so ein bisschen rotes Tuch. Genau. Und dann haben wir überlegt, was tun wir jetzt? Geben wir da klein bei und schlussendlich haben wir uns dafür entschieden, wir laden beide aus. Norbert Greinacher ist dann nicht gekommen, aber Guttingen war so, das ist ja angetan von der CAJ und ist dann gekommen auch. Aber er durfte natürlich nicht reden. Und ich hatte vom Foto jetzt her die Abschlussrede zu halten an dem Abend gegen Jugendarbeitslosigkeit. Zweite Aktion, ein Kreuzweg der Arbeiterjugend sehen wir hier. Das ist auch eine Geschichte gewesen, auch in den 80er Jahren. Wo sind Sie da gewesen und was haben Sie da gemacht? In Bonn, es war ein Jahr später, da wollten wir nochmal deutlich machen, was für die Zeit die Einheit von Glauben und Leben heißt. Wie kann man das gut zusammenbringen? Nach wie vor gab es Jugendarbeitslosigkeit und wir haben entlang der Bannmeile in Bonn sieben Stationen gemacht. Eine davon war vor dem Bundeskanzleramt und eine war vor der Bischofskonferenz als Beispiel. Und das heißt, die Station hieß dann, Jesus fällt zum ersten Mal und Jesus fällt zum zweiten Mal. Und da hat dann das Bundeskanzleramt auf der Presse eben nicht uns Blasphemie vorgehalten und vorgeworfen. Das hat dann einen Presselwirbel verursacht und dann eben dazu geführt, dass uns die Bundespolizei begleitet hat an dem Tag. Das war ein bisschen für den Kreuzweg ein komisches Gefühl, aber ich muss sagen, ich habe selten den Kreuzweg so emotional und so intensiv erlebt wie an diesem Tag. Wir haben an jeder Station auch immer drei Nägel in das Kreuz reingeschlagen, da war Mucksmäuselstille und es war wirklich eine starke emotionale Beteiligung an dem Kreuzweg. Sie sind dann gewechselt von der christlichen Arbeiterjugend zur KAB und das ist die Abkürzung für katholische Arbeitnehmerbewegung. Wenn Sie uns die mal ganz kurz vorstellen, was ist dieses KAB? Gut, ich könnte sagen, die KAB ist 170 Jahre alt, die hat 100.000 Mitglieder. Für mich ist die KAB eine Aktionsbewegung, die die Nöte und Sorgen der Menschen aufgreift und zunächst mal auch Selbsthilfe anbietet, dass man selber schaut, was man tun kann, um das Problem zu lösen sozusagen. Aber wenn es strukturelle Änderungen braucht, dann auch politische Aktionen dazu durchführen. Und wir tun das aus unserem Glauben heraus. Und das zusammen, das macht für mich KAB aus. Und da sind wir auch zwischendurch ganz gut aufgestellt. Das Verhältnis Kirche und Arbeiterschaft ist ja nicht immer ganz einfach gewesen, also katholische Kirche speziell. Ich denke da mal schnell an Don Camillo und Pepone, der Pfarrer Don Camillo in Italien und der kommunistische Bürgermeister Pepone, die sich da beharken. Wie war das bei der KAB? Waren Sie auch manchmal so für die Bischöfe und so ein bisschen rotes Tuch und Kommunismus verdächtig? Das war stärker bei der CAJ, da war man schon Kommunismus verdächtig. Aber gut, als ich angefangen habe, hieß es immer noch, die KAB sind die Roten in der Kirche und die Schwarzen bei den Gewerkschaften. Zwischenzeitlich heißt es nicht mehr so. Zwischenzeitlich heißt es die KAB, das sind die, die sich für die kleinen Leute engagieren. Und das finde ich auch ein tolles Bild. Und da bin ich auch stolz drauf, dass uns dieser Wechsel gelungen ist. Natürlich haben sich immer wieder Arbeitgeber beschwert über unser Tun, aber das hat nie zu Problemen mit der Kirchenleitung geführt. Sie haben ja auch bestimmte Aktionsformen, die Sie bei der CAJ schon gemacht hatten, wieder weitergeführt bei der KAB. Wir haben ein Foto jetzt hier, das ist aus Ravensburg. Da machen Sie auch immer noch einen Kreuzweg der Arbeit, nennt er sich. Hier waren Sie da vor einer Filiale der Deutschen Bank und haben dann auch bestimmte Stationen, zu denen Sie dann was sagen. Ja, also da ist es auch so, dass wir sozusagen das, was mal in Bonn kreiert worden ist, umsetzen. Weiterhin, wir bringen in Verbindung die Station vor Ort, in dem Fall die Deutsche Bank, mit der Problematik des Finanzskandals, beziehungsweise der Finanzkrise. Und mit dem, was es für Auswirkungen auf die Menschen hat und gleichzeitig auch mit dem, was Jesus für einen Kreuzweg dann gegangen ist. Das wird in einem Text zusammengefügt und dann öffentlich auf der Straße auch vollzogen, sodass die Menschen, die Passanten, die vorbeilaufen, einfach auch Kirche optisch sehen und erleben und auch erleben, was für Aussagen die Kirche dazu macht. Das nächste Foto zeigt Sie auf der Stuttgarter Königstraße, Fußgängerzone. Da sind Sie bei einer Demo zu sehen und hinten sieht man ein Plakat AVR für alle, wird da hochgehalten. Worum ging es da? Da ging es um eine Protestaktion der Beschäftigten von Liebenau. Und zwar der 800 Beschäftigten, die nicht… Liebenau ist ein großes katholisches Unternehmen, das Altenhilfe und Behindertenhilfe anbietet. Und 800 von den insgesamt 7.500 Beschäftigten sind nicht im Kirchentarif. Und das besagt ja dieser AVR. Und diese Kundgebung, wie wo das stattgefunden hat, hat sie zu Liebenau, die Geschäftsleitung, aufgefordert. Praktisch auch die 800 Beschäftigte in den Kirchentarif zurückzuführen. Das hat Liebenau jetzt nicht gemacht. Die haben jetzt, das hat mich gewundert, Tarifverhandlungen mit Verdi begonnen. Also mit der Gewerkschaft? Mit der Gewerkschaft, das finde ich zunächst einmal auch ein guter Schritt. Das kann man auch machen. Aber die haben es jetzt im Februar wieder abgebrochen. Jetzt würden sie doch wieder in den Kirchentarif zurück, sagen sie. Für mich ist es eigentlich nur ein Hin und Her lavieren, dass sie das immer weiter rauszögern. Ich habe deswegen auch eine Anfrage in den Diözesanrat hineingebracht, um das nochmal zu thematisieren. Weil ich glaube, dass neben dem, dass es schädlich ist für die Beschäftigten, auch schädlich ist für das Bild der Kirche nach außen, dass eine kirchliche Einrichtung keine gerechten und fairen Löhne bezahlt. Und das wäre besser, wenn Sie den kirchlichen Tarif hätten. Dann würden Sie höhere Löhne zahlen und gerechtere Löhne zahlen. Wir haben noch eine weitere Bilder von einer Demo. Die war auch in Stuttgart. Da sehen wir sie. Da geht es um gerechten Welthandel. Und wir sehen sie auch am Rednerpult dieser Abschlussveranstaltung. Das ging da um Handelsverträge. Man sieht hier auch auf dem einen Transparent ein Zitat von Papst Franziskus. Diese Wirtschaft tötet. Das war auch eine sehr erfolgreiche Aktion in gewisser Weise. Es war in jeglicher Hinsicht eine erfolgreiche Aktion, weil wir haben 40.000 Menschen auf der Straße gehabt. Das ist ja für die Veranstalter immer ein Erfolg. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass auch die Handelsabkommen TTIP und CETA noch nicht ratifiziert sind. Also das heißt, es ist noch Luft drin. Man kann da immer noch was nachverhandeln. Und wir müssen auch noch was nachverhandeln, weil eben CETA und TTIP nichts dazu beiträgt, dass gute Arbeit entsteht. Und weil es auch nichts dazu beiträgt, dass es den Ländern und den Menschen in den Ländern von Afrika beispielsweise oder der sogenannten Dritten Welt dadurch besser geht. Und Afrika haben Sie auch nochmal nachgefasst dann sozusagen, speziell Ostafrika, zu denen Sie auch als KAB Beziehungen haben. Was haben Sie da für Ostafrika noch speziell gemacht? Eine Aktion? Es war so, dass wir überhaupt durch diese Aktion in Stuttgart und durch die Beschäftigung, das war ja nicht nur, dass wir bei der Aktion waren, sondern wir haben da ein ganzes Jahr uns mit Handelsverträgen beschäftigt, sind wir aber auch darauf gekommen, dass die EU auch Handelsverträge mit Afrika oder mit Regionen von Afrika abschließt. Und wir sind dann, unser Partnerland ist Uganda, und wir sind dann nach Uganda eh tonusmäßig gereist und haben nachgefragt, was hat denn das für Auswirkungen, wenn es diese Handelsverträge von der EU gibt. Und da ist es uns deutlich geworden, das, was die EU in Ostafrika macht, das macht die dortige Handwerkswirtschaft kaputt. Die EU möchte Hühnerteile nach Afrika exportieren, die billiger sind als die Hühner, die afrikanischen Hühner. Deswegen werden die Menschen eher die Hühnerteile aus Europa kaufen. Das ist ein Abfallprodukt. Aber macht die Hühnerwirtschaft als Beispiel in Afrika kaputt. Deswegen haben wir eine Petition gestartet, faire Handelsverträge für Ostafrika und Fluchtursachen zu beseitigen. Weil, wenn die Menschen kein Einkommen haben in Afrika, dann ist es ganz logisch, dass sie dann nach Europa flüchten. Und deswegen kann man nicht auf der einen Seite Handelsverträge machen, die Flüchtlingsströme in Bewegung setzen und auf der anderen Seite sagen, wir machen die Grenzen dicht. Also wir müssen einen konstanten Weg gehen und das wären faire Handelsverträge. Ich bin nicht gegen Handelsverträge. Wir brauchen Handelsverträge, aber die müssen fair sein und müssen auch fair sein für unsere Partnerländer in Afrika. Haben Sie die Unterschriften auch überreicht an den Entwicklungsminister? Sehen wir mal im Foto hier noch. Gerd Müller ist das ja im Moment und dem haben Sie die Unterschriften überreicht. Das waren über 111.000 Unterschriften, die Sie erreicht haben. Und Sie haben dafür dann auch einen Preis bekommen in diesem Jahr, also 2020, den Fairtrade Award. Das kommt ja nicht allzu oft vor, dass man für eine politische Kampagne fürs Unterschriften sammeln und Aktionen machen mit einem Preis belohnt wird. Aber bei Peter Niedergesäß und der KAB war es so, sie bekamen diesen Fairtrade Award 2020 und verkündet wurde das Ganze von Anke Engelke. Bereits Ende 2019 hat die Fairtrade Community im Online-Voting über den Publikumspreis abgestimmt. Das wird spannend. Die Initiative der katholischen Arbeiterbewegung, kurz KAB, setzte sich gegen die anderen KandidatInnen in unserem Online-Voting durch. Sie überzeugte mit einer tollen Kampagne, sammelten per Petition 110.000 Unterschriften für faire Handelsverträge in Ostafrika. Herzlichen Glückwunsch! KAB setzt sich für einen fairen Handel mit Ostafrika ein. Damit können wir Fluchtursachen bekämpfen. Wir wollen dazu beitragen, dass es zu einem fairen Handel kommt. Afrika braucht einen Binnenmarkt. So kann wirtschaftliche Entwicklung entstehen. Zwischenzeitlich haben wir über 118.000 Unterschriften, die wir nun an die deutschen Vertreter im EU-Handelsausschuss des Europa-Parlamentes übergeben. Eine Aktion für faire Handelsverträge mit Ostafrika. Es gibt auch eine Partnerschaft von der KAB Rottenburg-Stuttgart mit KAB-Gruppen in Ostafrika. Und es gibt noch andere Themen, mit denen Sie sich in Ihrem langen Berufsleben in Sachen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigt haben. Zum Beispiel Ladenöffnungszeiten, Sonntagsverkauf. Was war da Ihre Position oder wofür haben Sie sich da stark gemacht? Also es ist schon interessant. Die Ladenöffnungszeiten, das war mein Einstiegsthema 1987 bei der KAB. Und es war mein Ausstiegsthema. Mein letztes öffentliches Agieren für die KAB war das Gespräch mit der Wirtschaftsministerin Anfang August diesen Jahres, als die Handelsverbände Bestrebungen hatten, jetzt im Herbst verkaufshoffene Sonntage durchzuführen ohne Anlassbezug. Und das ist ein No-Go. Man kann nicht ein Gesetz und einen Rechtsspruch überspringen. Aber es ist auch paradox, jetzt zu Corona-Zeiten verkaufshoffene Sonntage anzubieten. Die Menschen, glaube ich, gehen eher dahin, dass sie anders auch mit Konsum umgehen. Und ich glaube, das ist das, was wir machen, was unser Interesse ist. Wir wollen nicht, dass der Sonntag auch zu einem Kommerztag wird, der ebenso noch mit Wirtschaft belegt wird, der ebenso mit Verkauf belegt wird. Der Sonntag soll ein Tag der Entschleunigung und der Entspannung sein. Und er soll ein Tag der Begegnung mit Menschen sein und der Tag der Familie. Und natürlich soll auch Zeit sein, über den Sinn des Lebens nachzudenken. Und dazu gehört auch der Gottesdienst. Wir haben am Anfang schon gesprochen darüber. Was stellen Sie sich vor unter gute Arbeit? Sie haben uns da nochmal ein Schaubild mitgebracht, was wir uns noch anschauen wollen. Das Schaubild, da geht es auch um gute Arbeit. Was gehört dazu? Ganz kurz, dass Sie uns das nochmal sagen. Ich orientiere mich bei der guten Arbeit an der katholischen Soziallehre. Und die katholische Soziallehre hat sozusagen drei Faktoren von Arbeit. Das eine ist die Personalfunktion. Da geht es darum, dass ich mich selber als Mensch entfalten kann, entwickeln kann in der Arbeit. Es geht um die Naturalfunktion. Da geht es darum, dass ich natürlich ein gerechtes Einkommen habe. Dass ich aber auch mit der Arbeit, die ich mache, die Umwelt bearbeite, schonend bearbeite. Und es geht um die Sozialfunktion, es geht um die Beziehungen der Beschäftigten untereinander, um die Kollegialität, um eine gute Mitbestimmung. Und schlussendlich geht es auch darum, dass wir die sozialen Sicherungssysteme über Arbeit mitfinanzieren können. Wenn Sie so in die Zukunft schauen, wie könnte gute Arbeit denn in Zukunft aussehen? Also wird es künstliche Intelligenz geben, die uns alle Arbeit abnimmt? Oder wie sehen Sie das? Was sind so Ihre Vorstellungen dafür? Ich glaube schon, dass wir Arbeitszeitverkürzungen bekommen werden und auch brauchen. Von dem her, was es für Entwicklungen bei der Arbeit, in der Produktion geht. Aber ich möchte das in einen größeren Zusammenhang stellen. Und zwar meine Zukunft der Gesellschaft und der Wirtschaft ist, dass wir in eine Tätigkeitsgesellschaft hineingehen. Und Tätigkeitsgesellschaft heißt, dass wir auch wieder drei Faktoren haben. Dass die Erwerbsarbeit einen festen Platz hat, dass die Familienarbeit einen festen Platz hat und die Sozialarbeit einen festen Platz hat. Also das Ehrenamt einen festen Platz hat. Und alle drei Bereiche haben die gleiche Bedeutung, haben die gleiche Anerkennung und spielen die gleiche Rolle. Und damit das erreicht werden kann, braucht es eine Arbeitszeitverkürzung, damit man auch dann der Ehrenamtsarbeit beispielsweise nachgehen kann. Aber es braucht auch sozusagen ein Grundeinkommen, dass man eben auch für die Ehrenamtsarbeit und für die Familienarbeit auch eine entsprechende Entlohnung bekommt. Deswegen sind das zwei Komponenten, die dazu führen, dass wir zukünftig in eine Tätigkeitsgesellschaft hineinlaufen können. Insgesamt glaube ich, dass wir uns nochmal mehr an der katholischen Soziallehre orientieren müssen. Da heißt es, dass Arbeit hat Vorrang vor Kapital. Und das haben wir noch nicht erreicht. Das ist auch das, was der Papst immer wieder einfordert. Und da müssen wir das Primat der Politik verstärken. Und um das zu verstärken, braucht es eben auch starke Arbeitnehmerbewegungen, Gewerkschaften und auch KAB. Denken Sie, dass sich das verwirklichen lässt? Also jetzt, wenn Sie mal 40 Jahre vorausdenken, Sie haben 40 Jahre gearbeitet, wird das in 40 Jahren so sein, wie Sie sich das vorstellen? Ich glaube, dass wir in 40 Jahren eine Tätigkeitsgesellschaft haben. Und das geht dann halt, indem man das bisherige System halt weiter transformiert, weiterentwickelt, die soziale Marktwirtschaft? Ja, also das wird, wie gesagt, nicht von alleine kommen, sondern die Menschen selber müssen sich dafür begeistern und müssen sich dafür engagieren, damit das erreicht werden kann. Und wenn das die Menschen anspricht und meine Gespräche, die ich führe, zeigen mir, dass das Menschen anspricht, die wollen nicht nur der Erwerbsarbeit nachgehen, sie wollen auch Sozialarbeit leisten und Ehrenamtsarbeit leisten. Herr Nintergeses, vielen Dank für diesen Einblick. Ein Leben für die gute Arbeit, das war unser Thema heute bei Alpha und Omega. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega. Bis zum nächsten Mal.